Ja, und wir sind nicht bloß selten rausgekommen, bei uns sind selten mal einer reingekommen. Und ich meine, deswegen sind wir ja alle verwandt, deswegen ist unser Stammbaum ein Kreis. Weil wir haben alle acht Dioptrien und dann in dem finsteren Nebel. Ich meine, wenn es da langweilig ist mit 14, 15, wenn es ums Heirern geht, dann tassest du dich halt in dem Nebel so vor. Und wenn du dich da vorne triffst, dann fragst du dann kurz, ob er dein Bruder ist. Und wenn er sagt, nein, dann wird kein Reis. Das ist Liebe in der Oberpfalz. Was soll da schon rausgekommen? Und dann haben wir in der Schule mal ein Liebesgedicht schreiben müssen. Und ich habe das gar nicht gekannt. Liebe, bei uns gibt es bloß Mengen oder nicht Mengen.